Ja, was soll ich denn sagen? Hi Bernie, hi. Beate. Beate, also ich bin der Toni und ihr seid ja jetzt, ich sag mal, Schwiermama und Schwierpapa. Komisch, ne? Also ich hab gerne Spaß und ihr zwei, da lasst ihr mich auch nicht loben, ihr könnt hier in meinen Schooler so oft fahren, wie ihr wollt, ne? Also, ich freu mich. Marco, da ist er. Ja, liebe Talkfreunde, einfach eine wunderbare Idee. Und zwar folgendes, sie müssen einfach die Rückseite ihres Fernsehers aufschrauben, ja, und die Chips herausholen. Herrlich, vielleicht ja ein kleines Häppchen. Marco. Sorry, aber ich kann Heikes Handtasche nicht finden. Ein Applaus für Beate. Ein Applaus. Hier, ich hab das blöde Foto gefunden, aber ist da gar nichts drauf. Ja, zeig doch mal her, der Herr. Komma nie, nüchtern! Dieser Waschlappen hat eine Frage an euch. Ich wollte ja was mit euch besprechen. Komma nie, nüchtern! Dieser Waschlappen hat eine Frage an euch? Ja, okay, ähm, ja, die Heike, ne? Ähm, die ist ja schwanger. Und da wollte ich nur wissen, äh, wer von euch denn da die Finger, also, ja, was auch immer. So, verstehen die das nicht, Waschlappen? Comedy! Wer hat mit der Tochter vom Spieß geschlafen? Einschritt, volltreten! Wo? Ja, liebe tollfreunde, es sieht so aus, als wenn klein Toni eine ganz große Familie bekommen wird.